herzlichen glückwunsch an alle leute und herzlich willkommen ich spiele für mich hat mich arena und ich habe jetzt einmal so nachgeschaut und nachgerechnet weil ich mir den nächsten nicht kaufen kann das wird ungefähr noch 16 wochen dauern so lange noch auf jeden fall dann bin ich mir wahrscheinlich nie holen ja obwohl er auch eigentlich gut ist der idee mehr aber ich glaube ich werde mir den holen weil ich nur zwei panzer bislang habe ich drei gut dann ist weiter wir spielen wieder wettbewerb viel spaß und die erste runde geht los scheint alles potz zu sein bis auf er hier 3 2 1 go get out my way Die Leute sind in der Nähe. Die Leute sind in der Nähe. dann in den Schuss ich habe ihn getroffen ich habe ihn getroffen ich habe ihn getroffen ich habe ihn getroffen und weg hat er überlebt der hat überlebt gut den haben wir gehabt jetzt nehmen wir Slingshot mit den Schleimen ah ne nicht mit den Schleimen mit dem Forstkamm Kambulan Kammu Forstkammu man muss ein bisschen Scham machen ich brauche ja nur Unterstützung mit ihnen haben was gibt es doch nicht wenn ich die nicht töte der NPC macht es auch nicht doch jetzt ja was da hin was da einladen was da einladen was da einladen So, komm, let's go und da ist er ja wohl. ja mein nächstes ja mit meine drei leute hier habe ich den brasilien skin genommen ich glaube ich probiere es zu gewinnen deswegen nehme ich den jetzt ich habe ja noch es gibt es da nicht Oh! Boom! Der war schon da oben. Well done! So, komm! Jetzt! Jetzt! Gewonnen! Jawoll! Zupi! Das war die erste kleine Runde. Ich war der beste Spieler. Mit 13 Kills. Oh! Shit! Finde ich gut. Zwei beste andere Spieler. Und die zweite Runde geht los. Jetzt legen wir mal los hier. Wir lassen's krachen. Doch nicht. Ich spiel zu. Ich spiel zu. Ich spiel zu. Wir stellen uns noch wo hinten hin. Wir schießen immer oben rüber. Und hoffen, dass wir was treffen. Oh! Da war eine Schleimbombe. Ich spiel zu. Ich spiel zu. Ich spiel zu. Oh! Da hinten mal einer. Der wollte mich abschießen, oder? Er hat mich gar nicht gesehen. Ich spiel zu. Ja! Oh! Nein! Nein! Huh! Vielleicht können wir das gleich weg. Artillerie! Das ist aber scheiß, wenn zwei noch Artillerie haben. Genau! Ich habe ihn getroffen. Aber jeder hat ihn gekillt. Ja! Ganz hinter ist einer. Der ist aber unterm Dach, oder nicht? Der krank war, holt mich schon ab. Los! Gehen? Konnte nicht gehen. Oh, da ist einer. Ich muss jetzt ein paar Sekunden warten. Haha. Ich habe dir ein Kranz geschenkt. Tja, daneben. Ah, schon wieder. Ich treffe nicht mehr. Ich gehe nach Hause. Das gibt es doch nicht. Jetzt aber. Oh. Ich kann hier doch treffen. Kranz geschenkt. Ach. Nee, 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 nee. Ah, der hat auch einen Kranz gekriegt. Shit. Die sehen doch viel schöner aus mit dem Kranz. Ja. 3, 2, 1. Suspät. Ah. Hm. Ja. Aims 1. Ah, jetzt haben wir Slimy. Slimy. Witziger Spitzname. Witziger Spitzname. Kann man ein bisschen durcheinander bringen hier alles. uses aus. Oah. Schon. Komm her, komm her, geh weg, geh weg. Okay, ein bisschen aufladen hier. Du bist ja gar kein Engel. Und er nennt sich Angel. Ah, entschuldigung. Oh, weißt du mir vor Linze? Meine Güte, nochmal. Ich kann gegen die Wand schießen. Na, Spielzeit? Hihi. So. Vorne gemutet. Wir gewinnen. Haha. Ich fühle mich heute so ein bisschen kalt. Du bist ja kein Engel. Einen noch von hinten töten. Okay. Das hört sich so brutal an, töten. Umklatschen, hört sich viel besser an. So. Ich war nur der zweitbeste Spieler. Der Gegner hat er, der nicht Angel war die beste Spieler. Okay. Weiter jetzt. Nächste Runde. Bis gleich. Weiter jetzt. Bei dem haben wir stehen geblieben. Fangen wir mit dem hier an. Schon wieder. Ja. Zack. Und. Ja wohl. Gleich ne Kill. Da hinten. Der schießt. Mit Raketen. Der da. Cyborg. Da steht er ganz hinter. Ich könnte ihn treffen. Wenn ich nicht über das Visier verliere. da steht er. Läuft weg. Bleibt da stehen. Nur eine. Eine Bombe getroffen. Von wieviel Feuer ich habe. Was sind das Szenen? Oder ist der AfKar? Ich glaub das ist der AfKar. 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 Also hat der gar nicht Cyborg geschossen. Sondern hat einen an der. Ja. Na egal. Der ist bedrohlich da gekommen. 2. 1. Aber trotzdem ist er schon gewonnen. Ah. Jetzt. Nimm mal ihn hier. Ich renne da hinten. Wo Cyborg ist. Ich renne da hinten. Wo Cyborg ist. Wo Cyborg ist. Wo Cyborg hat ihn. Wo Cyborg. Papa ist weg. Wo Cyborg. Wo Cyborg. Wo Cyborg ist er dann nicht. Wo Cyborg ist wohl. Okay. Oh! You don't have fun. Three, two, one. Juhu! Nicey guysy! You have won the match! Was für die zweite Runde war das? Ne, die zweite. Ich glaube die zweite Runde war das. Zweite, dritte? Ich hab's vergessen. Ich glaube das war die zweite. So, also. Schau mal die Queste und sehe ob die eine Quest noch da ist oder nicht. Ah, das war die zweite Runde. Gut. Boah, ich war der zweitschlechteste. Also von allen war ich allerdings die haben gar kein Kill gemacht. Die auch nicht. Und da war ich glaube ich der sechs Beste oder sind Beste. äh, sechs Beste oder sind Beste. Sechs Beste oder fünf Beste. Nein, warte mal. Hier, der, da, der und da. Ne, so. Genau. Okay, gut. Ich bin auf Platz Nummer 4. Warte geht's. Nächste Runde. Viel Spaß. A Whitey-Grade Gas. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017